Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online, Tamriel Unlimited. Wir sollten eigentlich Merrick und Elif folgen, weil die mehr oder weniger in einer Art, ja, hinterhalten nicht direkt, aber ein bisschen in Gefahr sind. Aber ich habe hier ein Solo-Verlies gesehen, das mich doch irgendwie noch mehr interessiert. Ja, aber das scheint gar kein Solo-Verlies zu sein. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ah, hier gibt es auf jeden Fall. Was heißt denn hier die, was heißt, was heißt, was heißt denn hier die 10? Was heißt denn die 10? Ja, das scheint doch ein Solo-Verlies zu sein. Na gut. Das mit dem, mit dem Zurückschlagen mit dem Explosiv-Ding ist doch nicht ganz geschnallt. Es geht noch unter bestimmten Entfernung. Ja, die anderen machen auf jeden Fall mehr Schaden als ich. Oh Gott, oh Gott. Was tut denn für einer? Irgendwie kann ich mich nicht bewegen. Was ist denn los hier? Ja. Da gibt es eine Quest. B. Plündert so viele... ...Ilesa... ...Ilesanischen... ...Nachher. Plündert so viele in den Elisanischen Turmen, wie ihr könnt. Wir brauchen Ressourcen, um... ...seht unsere neuen Verbündeten zu bringen. Bis ihr damit durch seid, werde ich ein Herrenhaus nördlich von Delensmühl, das... ...das... ...Nolen-Nauen-Watt-Herrenhaus in Beschlag genommen haben. Nehmt die Durchschutzwachen in die Zange, wenn ihr dort ankommt. Ich habe heute wieder meinen guten Lesetag. Eindeutig. So, was sind wir denn überhaupt? Ja. Auf dem richtigen Weg. Kommen wir nicht da auch durch? ...Komm, ich... ... mehr Kommen wir hier aus. Oh, wir haben keinen Mann, haben wir. Also Magiker, heißt das ja. Ne, Ausdauer war das. Unser Ausdauer war zu Ende. Wir sollten hier nicht so dauerhaft rennen. Ist nicht gut. Eine Harpje. Oh, wir sind nur wegen der Scherbe hier. Kann das sein? Ja. Wann kommen wir denn da hoch? Ich glaube, wir müssen aber runter. Oh, das war ein Spieler, der mir eine Kiste vor der Nase geklaut hat. Zack. Zack. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. So, ich würde sagen, sind wir fertig. Dann gehe ich hier zurück. Äh, richtig leidenfalsch. Diesmal eben. Da geht's raus. Und ruhig. Das war ja mal ein Mini-Mini-Dungeon. Mini-Mini-Mini-Dungeon. Aber es gab eine Quest und eine Scherbe. Also jetzt nichts umsonst, was man hier macht. So. Dann sollten wir auf jeden Fall mal vielleicht... Dann nehmen wir uns mal den Schrein mit. Oh, da ist er ja. Wenn man gar nicht auf die Karte gucken muss. Oh. Aufgestiegen. Ja, dann geben wir auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall... legen wir den Titel lang. Noch eine auf Ausdauer, würde ich sagen. Und... Ja, das interessiert uns eigentlich nicht. Äh... Bögen, Pfeilsalbe. Was haben wir denn hier noch? Zielgenauigkeit. Erhöht die Wertung und Chance auf Grinisch-Treffer. Ja. Immer gut. So, und dann... Was haben wir denn da? Äh... Das gehen wir uns auch mal angucken. Was? Das ist doch böse. Das ist ja wohl irre. Oh... Ist das irgendwo da oben? Komm mal da hoch? Ja, hier... Ah... Die Fürsten. Diejenigen, die unter dem Stern... Der Fürstin steht in erhalten folgenden Segen. Erhöht Rüstung. Warum nicht? Da stehen wir unter dem Segen der Fürstin und haben erhöhte Rüstung. Wer ist da da oben? Wer steht denn da oben? Ein Spieler. So, dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes da hin. Wir gehen jetzt alle so ein bisschen ab hier. Oh, da ist gerade, glaube ich. Ich glaube, das ist... Ich weiß nicht, was das ist. Hm. Stufe 16 in den Wurzeln des Weinegrunds? Oder was heißt denn die 16? Hm. Das könnte tatsächlich noch das Verlies als höhere Stufe sein für Stufe 16. Ich weiß es nicht. Ich gehe auf jeden Fall mal zu dieser Ruine. Das ist ein Maler-NZoo oder was war das? Tjo, das ist jetzt hier irgendwie gar nichts, so wie es aussieht. Dann gehen wir mal da hin. Da wird er irgendwie hinkommen. Was ist das für ein Turm, bringt uns der irgendwas? Oh. Uiuiui. Uiuiui. Das ist fast den Tod gebracht, der Turm. Wo sind wir denn? Wir müssten dann hinten rum und dann ganz am Ende. Na ja, da kommen wir so gar nicht hin. Gehen wir mal zu diesem Wald. Da ist glaube ich Erz. Jo. Auch mal ganz angenehm hier so frei rum zu laufen. Wo? Oh. Wo? Wo? Der Tal der Wächterin. was ist das okay ja ich würde sagen setzen wir uns auch schon mal das als nächste quest und gehen dann gute sollte ich doch mitnehmen gehen von da aus dann zu unserer quest aber hier gibt es noch eine quest auf dem weg doch das ist super könnt ihr mir helfen ihr kommt aus dem wald habt ihr eine meiner schwestern würdin eliana getroffen wir haben nichts mehr von ihr gehört und machen uns große sorgen was stimmt denn nicht würdin eliana ist losgegangen um herauszufinden was mit den wächterinnen geschehen ist wir haben seitdem nichts von ihr gehört wo wurde sie denn sie ist wohl irgendwo auf der straße unweit des tals der wächterinnen unterwegs es gibt grässliche schrecken in den wäldern wir sind keine kriegerinnen könntet ihr sie finden und sicherstellen dass es ihr gut geht ich werde da wird drin in jena gesucht und die jener jener hast du glaube ich noch gucken wo soll sie denn sein und ist doch hier direkt da gehen wir mal gucken das aber nicht so oder noch irgendwo einen punkt hier gesetzte können wir nicht mehr entfernt so stört mich da oben okay also die habt ihr nicht gefunden die kann man ja sogar sehen zum große schwestern lasst mich mit fremden reden wir haben viel zu tun beeilt euch alle eure schwestern habe ich gebeten euch zu finden denn hat sie das ja da ihr mich ja nun gefunden habt könnt ihr vielleicht helfen die wächterinnen sprechen nicht mehr mit uns es gibt einen alten ritus um sie zu rufen der vielleicht wirkung zeigen könnte aber es ist zu gefährlich für mich und meine schwestern ihn durchzuführen schließlich sind wir keine kriegerinnen ich könnte helfen ich weiß nicht ihr seid keiner von uns aber wir können auch nicht einfach untätig bleiben schätze ich seht ihr die schlofer dort sammelt ihre gliedmaßen das ist der gefährliche teil dann verbrennt die gliedmaßen am altar auf den ruinen in der nähe wenn es klappt sollte eine wächterin erscheinen und dann was findet heraus warum die wächterinnen verstummt sind der blutdorn kult ist irgendwie daran beteiligt ich weiß es einfach aber wir brauchen mehr informationen ja ich gucke was ich herausfinden kann wenn ihr mit den elementar geistern sprechen konntet findet mich im tal der wächterinnen es befindet sich nördlich von hier ich werde dort auf euch warten bitte beeilt euch wir brauchen die weisheit und führung der wächterinnen jetzt mehr als je zuvor und was ist ein schlurfer sie sind abscheulichkeiten der blutdornen die schlurfer waren einst zweitlinge bis die kultisten sie verbogen und verdorben haben nichts anderes tun die blutdornen wir müssen sie aufhalten ok dann machen wir das stufe habe ich da gerade gesehen ein schlurfer an ja jetzt habe ich da für die habe ich eine passende rotation also wir fallen an mit bitte blutdornen blutdornen gift ein harter angriff und wegschleudern dann liegt er direkt tot vor mir naja das passt was habe ich entdeckt vom turm ach hier wo ist denn hier im turm hab ich nicht gesehen guckst du ho die hier информ blutzen 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 So, Sturferarme habe ich. Jetzt muss ich zum Tempel oder zu den Ruinen, zum Altar. Scheint da oben zu sein, oder? Da ist er. Liegt da jetzt auch die Arme hier drauf? Nein. Kind? Äh, wie kann ich euch befreien? Haben die Sterblichen so rasch die alten Sitten vergessen? Ganz sicher erinnern sich die Würdinnen noch an die Menhiere. Zuerst müssen diese Steine von Angoffs dunklem Einfluss geläutert werden. Beschützt den Wirt, während er die Verderbnis auslöscht, die die Steine befallen hat. Also wird die Auslöschung der Verderbnis euch befreien? Nein. Aber diese Läuterung sollte Angoffs Griff lockern. Erzählt wird in Ileana von der Verderbnis. Sie wird wissen, was zu tun ist. Unsere Zeit wird knapp sterblicher. Befreit uns, ehe Angoffs Verderbnis auch uns erfasst. Wer ist Angoff? Er ist ein Beben im Land, ein Gift im Wasser. Er ist ein Flüstern, ein Schatten, ein forstiger Wind. Er ist Grabessänger und Regmagier, Nekromant und Verderber. Er gebietet über Tod und Fäulnis. Angoff bindet uns und möchte uns zu einem Teil seiner selbst machen. Grabessänger? Das klingt schlecht. Grabessänger sind Nekromanten, die nach der Macht überleben und Tod streben. Sie versuchen die Reiche zu kontrollieren, die wir hegen und beschützen. Sie rufen die Daedra an, die sich in der Finsternis verbergen, damit sie sie in ihren Streben unterstützen. Okay. Und damit sage ich auch schon wieder, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play in the Elder Scrolls Online, Tamriel Unlimited. Bis dann, tschüss. Danke.